du hörst nun eine affirmation für einen perfekten start in den tag sie wird dir dabei helfen einen glücklichen und erfolgreichen tag zu erleben diese affirmation ist in praktisch jedem gebiet anwendbar hör dir diese affirmation mindestens 30 tage am stück an um dein leben effektiv zu verändern wir erschaffen uns unserer welt mit unseren gedanken das leben folgt deinen gedanken also sprich immer positiv mit dir selbst nach 30 bis 90 tagen werden sich diese affirmationen tief in dein unterbewusstsein einprägen um diese affirmationen noch effektiver zu machen empfehle ich dir jeden satz zu wiederholen fangen wir an ich bin dankbar für einen neuen start in den tag ich bin dankbar für eine weitere chance mein leben zu leben ich erinnere mich selbst wie weit ich bereits gekommen bin ich bin dankbar für den atem in meinen lungen zu spüren ich bin dankbar für den heutigen tag ich heiße alle chancen willkommen die sich heute bieten ich bin dankbar für die möglichkeiten der nächsten 24 stunden ich bin dankbar für die möglichkeiten der nächsten 24 stunden ich glaube daran dass ich noch weiter gehen kann Ich erinnere mich ständig an das, was ich bereits erreicht habe. Ich freue mich auf die nächsten 24 Stunden. Ich bin dankbar für meinen Körper und bin gewillt, diesen gut zu behandeln. Ich werde meinen Körper bewegen und mit Energie füllen. Ich bin dankbar für meinen Geist. Ich werde meinen Geist richtig einsetzen. Ich werde mich auf das Lernen und das Wissen konzentrieren. Ich fokussiere mich nur auf das Positive. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann. Ich bin dankbar, meine Augen heute öffnen zu können. Ich nehme mir einen Moment, um mich an die schönen und positiven Dinge zu erinnern, Ich bin dankbar, das Klopfen meines Herzens zu hören. Ich bin dankbar für das, was ich mir selbst gebe. Ich bin dankbar für die Zeit, in der ich mich selbst reflektiere. Ich höre auf mich selbst. Ich höre auf mich selbst. Ich bin dankbar für die Basis, die mir das Leben gibt. Ich bin dankbar, zu essen, zu schlafen, um mich bewegen zu können. Ich erinnere mich daran, dass nicht jeder diese Basis hat. Und ich bin dankbar, diese Privilegien zu haben. Ich bin dankbar für die nächsten 24 Stunden. Ich verspreche mir selbst, meine Zeit gut zu nutzen. Und ich verspreche mir selbst, meine Gedanken und Handlungen ebenfalls gut zu nutzen. Ich bin dankbar für einen neuen Start in den Tag. Ich bin dankbar für eine weitere Chance, mein Leben zu leben. Ich erinnere mich selbst, wie weit ich bereits gekommen bin. Ich bin dankbar, den Atem in meinen Lungen zu spüren. Ich bin dankbar für den heutigen Tag. Ich bin dankbar für den heutigen Tag. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten der nächsten 24 Stunden. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten der nächsten 24 Stunden. Und wie vor kannst du meineniem positioned Espero-Kindigan mit dem Leben umschlopfen Merciem! Ich bin dankbar für dieensored rim-eorgung. Ich bin dankbar für damit, oder auf versuchstet ich mich, dass ich noch weit wegveilen kann. Ich bin dankbar für dich, dass du könntest werfen, dass du meinen eigenenollarет Ich freue mich auf die nächsten 24 Stunden. Ich bin dankbar für meinen Körper und bin gewillt, diesen gut zu behandeln. Ich werde meinen Körper bewegen und mit Energie füllen. Ich bin dankbar für meinen Geist. Ich werde meinen Geist richtig einsetzen. Ich werde mich auf das Lernen und das Wissen konzentrieren. Ich fokussiere mich nur auf das Positive. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann, meine Aktionen und Handlungen. Ich bin dankbar, meine Augen heute öffnen zu können. Ich nehme mir einen Moment, um mich an die schönen und positiven Dinge zu erinnern, die ich erlebt habe. Ich bin dankbar, das Klopfen meines Herzens zu hören. Ich bin dankbar für die Zeit, in der ich mich selbst reflektiere. Ich höre auf mich selbst. Ich bin dankbar für die Basis, die mir das Leben gibt. Ich bin dankbar, zu essen, zu schlafen, um mich bewegen zu können. Ich erinnere mich daran, dass nicht jeder diese Basis hat. Und ich bin dankbar, diese Privilegien zu haben. Ich bin dankbar für die nächsten 24 Stunden. Ich verspreche mir selbst, meine Zeit gut zu nutzen. Und ich verspreche mir selbst, meine Gedanken und Handlungen ebenfalls gut zu nutzen. Ich bin dankbar für einen neuen Start in den Tag. Ich bin dankbar für eine weitere Chance, mein Leben zu leben. Ich erinnere mich selbst, wie weit ich bereits gekommen bin. Ich bin dankbar, den Atem in meinen Lungen zu spüren. Ich bin dankbar für den heutigen Tag. Ich heisse alle Chancen willkommen, die sich heute bieten. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten der nächsten 24 Stunden. Ich entscheide, das Beste aus dem Tag zu machen. Ich erinnere mich ständig an das, was ich bereits erreicht habe. Ich freue mich auf die nächsten 24 Stunden. Ich bin dankbar für meinen Körper und bin gewillt, diesen gut zu behandeln. Ich werde meinen Körper bewegen und mit Energie füllen. Ich bin dankbar für meinen Geist. Ich werde meinen Geist richtig einsetzen. Ich werde meinen Geist richtig einsetzen. Ich kursiere mich nur auf das Positive. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann, meine Aktionen und Handlungen. Ich bin dankbar, meine Augen heute öffnen zu können. Ich nehme mir einen Moment, um mich an die schönen und positiven Dinge zu erinnern, die ich erlebt habe. Ich habe einen Moment, um mich an die Hunde zu machen. Ich kann mir jeden Tag anschauen, was ich vermischen, wie ich spiele habe. Ich habe mich sehr, ich bin ehrlich aus. Ich bin dankbar, meine Augen. Ich bin dankbar, meine Augen. Ich kann mir diesen Körper nachdüren und mich anwenden und mich anwenden. Ich habe meine Augen. Ich habe mir einen Gegenruf. Ich habe einen Gegenruf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020